So, guten Morgen. Wir haben 11.02 Uhr und wir haben die zweite Nacht überlebt. Wir hatten ja diesmal bessere Matratzen, die angenehmer waren und viel bequemer. Zumindest finde ich es. Wie fandst du die Nacht? Ja, außer dass meine Mathe streik war oder schief oder so. Das tat nach langer Zeit weh. Echt? Ja, ich wusste die Unterlegmatratzeit wegnehmen, aber der war nicht. Ja, also ich habe eigentlich ganz gut geschlafen, wenn ich endlich eingeschlafen bin. Das war kein Deutsch. Das war wirklich kein Deutsch. So weit die Info, was bisher los war. Jetzt sind wir unterwegs nach Lübeck. Und werden dann da mal ein bisschen herumlaufen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020